Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Mario. Und ich bin der Danero IP. Mario. 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 Ich mach mal das Video. Wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ich war gerade sehr abgelenkt. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir waren in einem Spuch, wir haben so einen Rittertypen erledigt. Ja, das war, by the way, der Boss aus der Demo von der Gamescom. Immer wieder gerne. Und jetzt kommen wir in Etage 7. Meine absolute Hassetage. Das Öko-Haus. Ich will da nicht hin. Wir gehen da jetzt hin. Ich will da aber nicht hin. Das wird schon nicht so schlimm sein. Tschüss. Ich komm nicht mit. Ich will das nicht. Mario. 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 Was ist das? Keine Ahnung. Mario. Mario. Das Baum. Ein Geldbaum sogar. Ein Geldbaum. Nein. Ein Baum? Ich hätte auch gern. Ein Geldbaum ist auch ein Geldbaum. Ja. Gut, bei meinem Kronleuchter abzuschießen. Das funktioniert nicht. Ich kann es nicht anvisieren. Ich habe den Köbel darum abgeschossen. Ich habe den Köbel. Hey. Hey. Alter. Goldschirm. Ratten. Ratten. Ratten im Öko-Haus. wenn jetzt da war ja alles in der richtung schon mal ja die schnappe ich mir was sie geblitzt links ja so ein riesenblicks ja damit kann man ziehen ob sie eigentlich gar nicht ja klar geht braucht man immer aber nicht für die spiele besuchen wenn wir gehen da sage ich schon ein aufzug aufzugsklopfer karte da ist er wie in harry potter und ich mag harry potter nicht machst du harry potter ich habe nur einen einzigen film von denen gesehen die künften der ohne phönix das ist er einfach ok warum nicht ich stecke nicht in die klaschein aber sofort ja du idiot das ist ja 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 jetzt geht das ganze jetzt muss ich diese ganze scheiße noch mal machen ich krieg einen knall ach 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 das kann nicht so schlimm sein die wird nicht nur schlimm sein die ist schlimmer als schlimm ok sie ist ziemlich linear aufgebaut aber trotzdem will ich alleine dahin wenn es so unnötig wenn ich anstelle dass Luigi die einfach den Knopf nimmt und sich in seine Hosentasche steckt nein er lässt sie fallen warum 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 übrigens solltest du runterfallen bekommst du schaden oder schon wieder mit hat sie keine neue mittel verpasst ich niemals hallo die neuen bekommen mit öfter ich freue mich aber darum die wohnung nicht alle gleichzeitig sein wir gehen da oben nicht ja ich kann ja auch einfach kaputt machen ich glaube ich weiß was da drin ist ja du hast sie gefangen weil ich sie raus glaube dass jetzt muss ich damit zu verpassen ja ich kann mich schon prügel so das wäre es wir sollten weitergehen aber jetzt müssen wir dieses geld hier einsammeln jetzt okay nein das klappt natürlich nicht ich habe es hier das ist alles voller blumen mag keine blumen wenn es also die auch mal meine meinung wird ja auch keine blumen das ist eine lüge ich habe mich in der nahtung ist womit tut auch wie bei so einem sinken das ist das ist hier das ist das ist das ist verdammt ich musste drücken musste drauf drücken weitergehen jetzt kommen schlimmsten zählen überhaupt ganz tiefe mehr du musst dir alles ausweichen und da wir da oben kommen das ist der grund warum ich an diesem punkt schon direkt noch nach ja genau da können wir nicht weitergehen doch nicht aus ich mag keine rosen blumen ich mag keine blumen noch etwas konversation muss blumen vernichten ich habe es kaputt gemacht ich habe den dornbus steil da hinten freigelegt jetzt können wir da weitergehen ich will noch was ich will noch mehr kaputt machen das glänzt wahrscheinlich so nimm das waschbecken wir können weitergehen aber da oben ist man am grenzen manchmal dieser stern ja ich weiß es nicht ja ich weiß es nicht hm wow wow was ist das ich weiß es nicht das leuchtet das macht dich verrückt ich will sie noch eine schachtel ich will sie noch eine schachtel mehr wissen du sie nennen sich knuddler noch nicht gekümmelt werden du soll ein na gut ich mache ja hinter dem tor wir haben den beiden echt ja wir hatten jetzt beide das ich muss ihm erstmal von seiner schönen blätterpracht befreien aber der haut nicht der hautmüchte das geräusch kann wenn du wählst das kann extrem nervig sein er hat den mussten an sind noch nicht wenn du wenn du stirbst du bist dann noch einmal wiederbelebt bei dem knochen hast also was dann so sozusagen ein extra leben von funke glitzer ja okay ich stehe instant ich habe wieder mal das leben gerettet schon wieder wir erst mal zu dir rüber kommen gleich nachdem wir diesen raum gestört haben wir werden deinen ganzen garten vernichten zeigen können dass wir blumen afa sind und das ist meine stelle mich ähnlich vom geld was ist das nicht diese kreissäge da wir machen die netz bin ich denn sie mich gar nicht ich war nicht da alles weil ich blumen hasse ich bin im master der zerstörer damit ich die tour kaputt machen kann ja aber er hat haben sie sich wieder aufkommen mehr mehr vernichtung tot den blumen kaputt machen töten muss stuhl vernichten ich sage muss stuhl vernichten musste ich jetzt jetzt los was gehen ich habe gerade so viel spaß zu zweit haben wir alles ich habe kaputt gemacht kommt das in ein best-off rein wir haben wie ein youtube über durch blumen wasser spiegel abdrehen machen kann wir lassen einfach hier die wanne überfluten einfach so habe ich wie viele minuten haben wir denn 21 moment habe ich noch was denn was hast du gesehen so ja da geht es weiter ich dachte hier oben geht es weiter oder so ich sehe hier irgendwo eine brücke und ich sehe hier nämlich keine nein so kommst du? du würdest nur zehn schaden bekommen wenn du runterfällst machst genauso wie ich auch genauso wie du auch das ist nein ich hab's kaputt gemacht oh nein ich hab's kaputt gemacht ich hab's kaputt gemacht lauten waren blumen wie kommt man da hin keine ahnung egal ich will jetzt keine blumen ich hasse blumen nur um sind scheiße das sind das sieht mir aus die drehste ein kathol oder da ist doch gar nichts aber das auch noch von einer seite wir sollten einfach mal weitergehen wir müssen doch alles erkunden man vertrauen wir ein oh oh okay oh nope oh hmm oh spitz ja dadurch nebestein dass die pläne wies kanal was jetzt müssen wir da hast du deine antwort ich bin ja gut mal es war gut schon oder auch nicht ah man konnte mir um ich kann mich gar nicht drauf stellen ja ich bin von dem bett hier aber ich erwarte mal so an wagen stelle ich mal drauf ich schiebe dich jetzt zum schrank ich kann da nicht wieso komme ich da nicht aber nicht hoch was ich mal so wo willst du hin zum schrank bitte wusste mich dagegen wahrscheinlich jetzt kann ich na jetzt kann ich nicht ziehen was soll der dreck danke manche noch nichts oder was wir müssen nach rechts dann kann ich nicht steuern wo ich hinsandelt warum kann ich nicht lenken ich doch recht automatisch weil ich weiß nicht auch rechtlich nach ort herr stelle ich jetzt noch die plattform unten schon rechts die ganze zeit du wieso komme ich ja nicht von dem show verzeihung hat ich weiß es nicht so steht jetzt mal rechts da war ja da ist es auch inzwischen möglich aber es gibt doch da kommt er ja auch immer kommt er direkt Okay Okay, I am back Okay 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 Du wurde gefallen Hol ihn dir Mega Leben Oh 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 Elbitt Da haben wir wieder was bekommen ja viel zu viel gelder dass sind alle richtungen verstreuen wurde dass wir niemals alle alles rechtzeitig einsammeln werden das klingt schön schon immer schön ja ich glaube wir sollten jetzt hier mal einen schnitt setzen dann sitzen wir hier einen stimmler sitz ich bin runtergefallen ich bin gerade hier dass sie dann doch nicht gut dann sagen wir tschüss bis zum nächsten mal ja